Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran, Chip'n Dale Rescue Rangers 2, auch allgemein bekannt unter Chip und Chap, Rescue Ranger, oder wer ist das auf Deutsch? Ritter des Rechts, glaube ich. Ja, ersten Teil habe ich schon gezockt, jetzt zocke ich Teil 2. Erster Teil hat mich schwer beeindruckt, war wirklich super Jump'n'Run und mal schauen, ob hier Teil 2 anschließen kann. Wird nicht leicht, weil Teil 1 war echt fein. Ich habe beim letzten Mal den Chap gespielt, heute spiele ich den Chip. So, bei Teil 2 wird der Chip gespielt, so einfach ist das. Ah, gibt es wieder eine Einführung-Story, sehr fein. Ja, habt ihr Chip'n'Chap? Warum sage ich eigentlich zwei Mal Chip? Keine Ahnung. Sagen wir einfach Chip'n'Dale, wenn ihr die Serie damals gefeiert habt oder vielleicht auch das Spiel gezockt habt. Haut mal was in die Kommentare rein, wie ihr das damals so verhandelt. So, da, schauen wir mal. Steuern links-rechts passt, ducken geht, hüpfen und mal schauen, kann ich wieder mit B Sachen hochheben? So, beim ersten Teil schaut fast so aus. Ja. Verstecken geht auch wieder. Und schießen. Kriegt die Biene gleich mal was auf den Kopf. Kann ich da runterhüpfen? Ja. Ah, diesmal muss ich Rescue Ranger-Punkte einsammeln? Ok, auch nicht schlecht. Tschüss, Mäuschen. Tschüss. Ah, grafisch hat sich da schon einiges getan gerade noch ausgewiesen der grafisch deutlich besser der zweite sage ich mal so da aha schön viel sachen zum einsammeln das gefällt mir sowas sachen kann nach oben schleudern das habe ich im ersten teil schon bemerkt der zweite da ist einfach nur ein level pack so wie es aussieht oder aha wie geht es jetzt weiter nach links nicht nach rechts nicht runter ok unten geht es weiter ja woher soll man sowas wissen ich wollte eigentlich tschüss soweit ich das machen leider weiß ich nicht ich habe nicht rausgefunden dass man diese rescue ranger punkte sachen bringen gut schon start des bauses select das zeigt mir wie viel ranger punkte ich habe hätte auch gerne rausgefunden bis zu zweit ist aber wie man jetzt hier an einem mitspieler zurzeit vielleicht hole ich das noch nach es ist echt so super flüssig sind es ist schon echt fein gemacht vor allem für eine nsg die grafik ist echt liebevoll da geht es wieder schwer zu erraten was hintergrund ist und das spiel ist aber mit dem spiel mit dem problem ich kann mich darauf jetzt einfach weitergehen und so einfach sein das leben ja also macht macht super laune kann ich jetzt schon wieder empfehlen es ist einfach ein feines jump run bei diesen feinen spielen vergisst man wie viel schlechte es eigentlich gibt am ende dass man echt dankbar sein muss für diese perlen sie sind nicht so häufig wie man vielleicht glaubt wo sie man annehmen würde die ganzen leute die alle nur diese den ns mini haben mit den spielen die halt voreinstellte 10 man es nur ein paar gute games halt voreinstelliert aber das sind wir sind das wir sind voreinstelliert ich weiß jetzt gar nicht sind es 30 oder 50 keine ahnung aber es gibt halt 700 so über 700 so ist da so macht das wasser hoch es ist doch nett gemacht danke so sind die käme doch das samsung heißt der gleicher ich würde mal sagen das war strange wonk hier oh ja der water rabbit ja nette dialoge auch noch eingebaut ist lieb gemacht ok was muss ich jetzt mal haben ok was ich meistens ist es eine gute idee oben zu bleiben bei solchen levels sind die meisten spielen zumindest ok da verletzt sich hier selber uja da ich darf die mütze bekommen immer versuchen hier oben bleiben allein das ist nicht gut na das vielleicht doch nicht so gut die beste strategie frisst das mal dabei weiter kannst gar nicht schlecht unterwegs ja 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 muss schauen dass der nicht ein und dann ist wenn dann gleich auf die mütze geben na Vielleicht macht sich der selbst Ah nein, 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 nein Komm, Chip, 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 Chip Habe ich jetzt über... Oh, ich habe Chip genommen Come on Geweck da Ah, zu hoch geworfen Ich wusste, dass es geht Jawoll, äh, ein Boss frisst das Frisst das Oh, ja Fast first try Aha, und jetzt muss ich das da Jawoll Keine Minispiele auch noch im Level 1 Ah, meine Erfinderin Es fällt mir den Namen nicht mehr や Wie heißt sie auf deutsch, ich weiß nicht mehr Welchen schneiden wir duften, ruft nur den blauen Ich nehme den blauen Was weiß ich Jetzt zieh ich es durch Ja verdammt Ja das war der Richtige Batsch Eine Fake Bombe oder das? Come on Weiter gehts Komm Fisch komm nochmal raus Warte ich Werdig ist das der Fisch Hä Oh Wow Oh Glück gehabt Was ist das da oben eigentlich? Weiß noch nichts Da gehts gleich weiter Ist es noch irgendwas drinnen? Nope Ah da ist noch drinnen Weg mit dir Das geht Wie geil Ich habe nicht damit gerechnet Dass das wirklich geht Das ist so cool Ruhe Fledern wir aus Ich glaub es wohl bis Batman Was drin an das gescheit? Ah da ist schon wieder was drin Ah yeah yeah Das war jetzt ein bisschen blöd gemacht Komm Batman wo bist du? Wo bist du? Und tschüss Und tschüss Und tschüss Und tschüss Und tschüss Und tschüss Ah da kommt man von dem Floh rein mit dem Game Ah Da Ist so knapp Hopp Tschüss Weiter gehts Uh Schon wieder entgegen? Na oder? Uiuiuiuiuiui Ah Wo geht das? Ah Okay Da schießt du solche Sachen Ah ich muss ihm Wie kann ich diese Sachen da verfahren? Weiß ich nicht Na Wie komme ich zu den Geschossen? Ends habe ich gehabt Das war natürlich ein bisschen wenig So ich nochmal probieren Oh schon wieder zwölf Minuten Ah ist ein gutes Game Ich muss hier noch eine Runde Ah ich muss wieder von da anfangen Hm Noch ein bisschen Pizza Aber das ist ja schnell geschehen Ich rush da einfach Uuuuch Not Mal schauen ob ich da durch rushen kann Schaut nicht danach aus Das wäre Dass die gute Idee So schnell brucht Na so schnell gehts nicht So nicht Und das ist nicht Mit Mit mehr Übung Das ist eine Schlange gleich oder? Nein Da gehts weiter Tschüss Tschüss Fisch Auch damit abschießen Ich habe gehofft Dass es dein Leben drinnen ist Tschüss Flattermann Flatter zuhause weiter Und batz auf die Schnauze Schlange kam raus Kuckuck Batsch Und tschüss Flattermann Hör mich drüber Einmal dann die Kiste mitnehmen Einmal die Kiste zu mitnehmen Bitte Nein Das geht natürlich nicht Ah Da muss ich runter Okay Mal schauen wie ich das Einmal versuche ich noch Ah Ich darf einmal drüber springen Einmal nicht drüber springen Drüber springen Nicht drüber springen Drüber springen Okay Drüber springen Nicht drüber springen Drüber springen Aber Drüber springen Nicht drüber springen Drüber springen Nein Na Na So geht es nicht Na Wie komme ich zu den Schießsortingen Ich kann nicht draus springen Und sie dann schießen Ich kann Auf ihm nicht draus springen Glaube ich Ja Müssten wir ein bisschen probieren Aber das reicht mir jetzt eigentlich Es reicht um zu wissen Dass das ein richtig gutes Game ist Ich würde sogar sagen Es ist besser als der erste Teil Weil es ein bisschen leichter ist Und die Steuerung Ist fast noch ein bisschen fluffiger Bisschen fluffiger Und wenn es so ein Ausdruck für Steuerung überhaupt gibt Gut Leute Auch hier für Chippendale Rescue Rangers 2 Gibt es eine eindeutige Zock Empfehlung Ist ein Hammer Game Zieht euch das rein Wenn ihr auf Jump'n'Run steht Solltet ihr das auf gar keinen Fall verpassen Schon wieder am Ende heute Danke fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Und wenn ihr Spaß mit mir hattet Diesen Klassiker neu zu entdecken Dann gebt mir einen Daumen hoch Ansonsten Es gibt noch viel zu entdecken Ich habe schon viel gezockt Das findet ihr alles da drüben Und es gibt jeden verdammten Tag Ein neues NS-Game Und das bekommt ihr nur Wenn ihr da unten abonniert Also schön brav abonnieren Ciao, ciao